Erster ist ebenfalls aus Ungarn zu uns gekommen, ich darf auf die Bühne bitten, Frau Judith Gleis. Untertitelung des ZDF, 2020 Danke, Judith Gleis. Ich bitte noch 30 Sekunden posten. Three poses. Für die Victory Ceremonie, ich würde gerne auf der Stelle willkommen, die Ungarische Präsidenten, Ischmar Liga. Ischmar! Vielen Dank, meine Damen und Herren, bitte, 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 bitte. Ein Vogel. Dankeschön, bitte wieder zurück ins Leihab. So, nun kommen wir zur gesamten Klasse. Auf dem sechsten Platz, die Startnummer 112, Miriam Cabarras. Auf dem fünften Platz, die Startnummer 110, Alejandra Berthier. Bleib vorne, Miriam. Alejandra, bitte auf diese Seite, Miriam. Dankeschön. Auf dem vierten Platz, die Startnummer 108, Dünter Andrea Bonnier. So, and now our top three. Between second and third place, it was a closed decision. Place number one, stands by its own. On the third place, from Italy, competitor number 107, Susanna Ballido. On the second place, from Hungary, competitor number 221, Yuri Didis. And the winner of the Nava Athletic Stigart Class 2018, from pencil number 130, Osweir Iida from Hungary. Congratulations. Please go between your girls, for a nice picture. Go between the girls. Yes. Thank you ladies, just the top three, just the top three finishes. Other girls, please leave the stage. Thank you ladies. Danke schön. Mit der Startnummer 116, der Harald Buchhauser. Mit der Startnummer 117, der Patrick Ahnezhofer. Mit der Startnummer 118, aus der Slowakei, von Slowakia, Erik Gratukwil. Mit der Startnummer 119, aus Italien, von Italien, Simone Maiattini. Mit der Startnummer 120, aus der Slowakei, von Slowakia, Michael Kuczek. Mit der Startnummer 112, 192 von Vitalie, Simone Vicentino. Quartal zu der right, bitte. Face to the right on the stage. And now a quarter turn to the right, please. Thank you, gentlemen, and another quarter turn, face to the audience. Double biceps, please. Double biceps. Let's pray. Thank you, gentlemen, side chest. Side chest, please. Thank you, gentlemen. Face to the right on the stage. Double biceps. Thank you, gentlemen. Let's pray, please. Thank you, gentlemen. Face to the audience. Abdominals and thighs. Thank you, gentlemen. Let's mix it up a little bit. Thank you, gentlemen. Thank you, gentlemen. And a last spread pose, please. And a last spread pose, please. Thank you. Thank you, boys. Side-Chess. Thank you, gentlemen. Side-Chess. Thank you, gentlemen. Face to the ring of the stage. And the double-by-sex, please. Let's pray, please. Thank you, gentlemen. Face to the front of the stage. And abdominals and ties. And now I'll show you some muscles. Your most muscular pose, please. Let's go. Thank you, gentlemen. You can leave the stage and come back to do your individual posting routine. Thank you. Let's go, let's go. We'll be right back to do your employment. I'll be right back to do your job. Thank you. Thank you, gentlemen. I'll be right back to do your job. Thank you. Wow! Dankeschön. 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 In dieser Kategorie Masters over Forti ist die Stadt um 192 aus Italien. Herr Simone Vincenzino. Dankeschön. 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 So please come back to the other stage.